So, ich hab's platt gemacht. Ihr müsst dann halt immer, wenn dieses Dreieck kommt, müsst ihr halt auf eure Aktionstaste drücken, also wenn ihr was drauf was aufhebt oder sowas. So, ich hab's platt gemacht. So, ich hab's platt gemacht. So, ich hab's platt gemacht. Was? Nein! Mutter! Mutter, hör mir zu! Es explodiert, wenn Sie das Schwert nicht rausziehen! Oh nein! Miststück! Du hast alles ruiniert! All die Jahre hab ich mir die Schuld gegeben. Dabei warst du es! Du hast sie getötet! Getötet? Sie ist nicht tot! Sie ging dorthin, wohin ich gehen sollte, wo du sein könntest! Bring jetzt endlich Licht in die Sache, oder ich töte dich hier auf der Stelle! Du sollst das Schwert rausziehen, hab ich gesagt! Wo ist meine Mutter? In Avalon! Es ist kein Mythos! Verstehst du das nicht? Du wirst es nie verstehen! Ich verschwende nur meine Zeit! Jede Sekunde, die du jetzt noch lebst, ist ein Geschenk von mir! All die Jahre dachte mein Vater, meine Mutter wäre am Leben! Ihn hat es angetrieben! Ich hab ihn deswegen bemitleidet! Alles da? Geh so fort ins British Museum! Ruf mich an, wenn du dort bist! Nimm dir was zum Umziehen mit! Du wirst länger bleiben! Okay! Bin schon weg! Sip! Ruf Professor Eddington im Cavendish-Labor an! Arrangier ein Treffen! Das ist gut! Was soll ich ihm sagen? Sag ihm... Sag ihm, mein Vater hatte mit allem Recht! Und dass wir vielleicht immer noch etwas tun können! Das war jetzt Tomb Raider Legend, das letzte Level! Ja, ich hab gedacht, ich brauch nicht ganz so lang dafür, aber naja, ging ja noch! Ähm, ja, damit wären wir auch schon komplett am Ende dieses Let's Plays! Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch Spaß gemacht, mir dabei zuzusehen, wie ich sterbe oder sonst irgendwas tue, ähm, voraussichtlich wird wohl auch diese Woche, beziehungsweise ich werde anfangen damit, ähm, Tomb Raider 2 zu spielen diese Woche! Es wird ein Blind Let's Play sein! Ähm, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, kommen die Videos vielleicht alle immer ein paar Tage später hoch, als dass ich's denn mache, weil ich kann die nicht alle auf einmal hochladen, das dauert immer ein bisschen zu lange, ähm, aber ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei, wenn es heißt, Tomb Raider 2, ja, also dann, bis zum nächsten Mal!